Hallihallo, in dieser Episode gucken wir uns den sogenannten Blend Mode an. Der Blend Mode beschreibt, wie bisherige Pixeldaten, die in unserem Frame Buffer sind, verschmolzen werden mit neuen Pixeldaten. Also Frame Buffer, kurz zur Erklärung, hatten wir hier noch nicht Frame Buffer. Wenn ich Frame Buffer sage, meine ich letztendlich eigentlich die Images aus der Swap Chain. Die Swap Chain, die hatten wir ja schon und da haben wir ja Images drin und die haben einen sogenannten Frame Buffer, das kommt alles noch, das gucken wir uns noch später genauer an. Deswegen, ja, Frame Buffer sind die Bilder, ganz einfach gesprochen. So, und jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir in unserer Szene Glas rendern wollen, dann müssen wir auf die Pixeldaten zugreifen, die vorher an der Stelle waren, damit wir dafür sorgen können, dass dieses Glas durchsichtig ist und wir das Zeug, was dahinter ist, trotzdem noch so ein bisschen sehen können. Das Glas soll das ja nicht total überdecken. So, und dafür brauchen wir so einen Blend Mode. Wie gesagt, der Blend Mode beschäftigt sich damit, wie werden die alten und die neuen Pixeldaten jeweils vermischt. So, und dafür gibt es tatsächlich jetzt gleich zwei Structs. Das nächste Struct, also wir gucken hier jetzt in dieser Episode das VK Pipeline Color Blend Attachment State an. Das dreht sich dann um einen solchen Frame Buffer. In der nächsten Episode schauen wir noch ein anderes an, das ist dann global für alle Frame Buffer. Da wir aber nur einen Frame Buffer benutzen werden, am Anfang mal, später macht es dann auch mehrere zu benutzen, aber am Anfang benutzen wir nur einen, werden wir, macht es eigentlich keinen Unterschied für die Logik von unserem Dreieckprogramm. So, gut, also machen wir mal die VK Pipeline Color Blend Attachment State. Das nenne ich dann zum Beispiel mal Color Blend Attachment. Dann gucken wir mal, was da drin ist und kopieren das raus. Das ist tatsächlich eine ganze Menge, obwohl ich kopiere es noch nicht raus. Lasst uns mal kurz noch hier bleiben. Um zu erklären, was das Ganze hier eigentlich bedeuten soll, ist es am besten, das Ganze mit ein bisschen Pseudocode zu erklären. Und da habe ich hier schon mal was vorbereitet. So, das Erste ist Blend Enable. Wenn Blend Enable ist, dann wird hier irgendwie was miteinander geblendet, sonst wird einfach die neue Color, die wir genommen haben, einfach als die neue Color in den Frame Buffer geschrieben. Also die alte Color wird komplett überschrieben. Das ist natürlich für Glas nicht realistisch. Dann wäre das Glas nicht durchsichtig, sondern hätte nur die Farbe an der Stelle eben, was das Glas hat, vielleicht so einen kleinen bläulichen Ton oder so. Aber alles, was hinter dem Glas wäre, könnte man nicht sehen. Deswegen benutzen wir lieber das hier. Und dieses Blend Enable, das haben wir hier. Ja, und das wollen wir gleich dann eben auf True stellen, damit wir das hier berechnen können. So, und das Nächste ist dann, wir haben immer die Farbe, die wir gerade berechnet haben. Das ist die Current Color. Und wir haben die Color, die vorher drin war. Das ist die Previous Color. Und die wollen wir jetzt irgendwie vermischen, um tatsächlich zu der echten Color zu kommen, die dann tatsächlich im Frame Buffer landen soll. So, und hier gibt es dann für die Current Color, gibt es ein sogenanntes Source Color Blend Faktor. Das wird da einfach noch zusätzlich drauf multipliziert. Und dieses Source Color Blend Faktor, das ist ein Blend Faktor, dann gucken wir mal an. Das ist jede Menge. Das können wir sagen, okay, das ist einfach 0. Dann wird das einfach gecancelt. Oder es ist 1. Oder es ist die Source Color. Oder, oder, oder. Also wir können hier jede Menge Zeug einstellen. Das sind dann irgendwie entweder Konstanten, sowas wie die One, oder es ist relativ zu der Farbe, die in der Destination war, oder zur Alpha, die in der Destination war, und so weiter und so fort. Das lässt uns hier alles Mögliche zu. Und wir werden gleich sehen, was wir da geschickterweise dann reinsetzen. So. Das wird dann eben multipliziert mit der Current Color. Und das wird dann mit der Color Blend Operation. Was das ist, gucken wir uns jetzt mal, wird es verknüpft mit dem da hinten. So. Und das hier kann zum Beispiel einfach nur ein Plus sein. Ja, dann wäre das ein Plus, oder wir machen da ein Mal draus. Sowas, das ist diese Color Blend Operation. Und die Color Blend Operation, die haben wir hier, das ist eine VK Blend Operation. Das ist hier, entweder es wird addiert, oder es wird substrahiert, oder es wird das Reverse subtrahiert, oder es wird das Min genommen, oder es wird das Max genommen. Das lässt hier, also Multiplikation lässt es hier tatsächlich nicht zu. Aber diese ganzen Blend Operations, die lässt er zu. Wenn Min ist, dann wird eben das Minimum von beiden genommen, bei Max wird das Maximum von beiden genommen, bei Subtract wird es subtrahiert, und bei Reverse wird es gekippt und dann subtrahiert. Und dann haben wir das Gleiche hier hinten nochmal mit der Dest Color Factor. Das ist dann die Dest Color Blend Factor. Das ist auch wieder hier so ein VK Blend Factor, und wir können da irgendwas eingeben, um zu bestimmen, wie schwer wirkt denn die bisherige Farbe sich auf das RGB aus. So, die Farbe, die wir dann aber ausgeben wollen, die hat auch noch einen Alpha-Wert. Und diesen Alpha-Wert, da ist genau das gleiche Spiel im Prinzip. Wir haben hier einen Faktor auf die aktuelle Farbe, und hier einen Faktor auf die alte Farbe, und zusätzlich haben wir noch eine Alpha-Blend Operation, die bestimmt, wie das beides miteinander verknüpft wird. So, okay. Und wenn wir das alles haben, dann sind wir hier fertig, dann kommt noch die Color Bright Mask. Die Color Bright Mask ist ganz hier unten. Das ist eine VK Color Component Flex. Die kann dann nochmal bestimmen, ob eventuell irgendwelche Farbkanäle einfach rausgefiltert werden sollen. Das kann manchmal Sinn machen, in der Regel will man aber alle haben. Da sagt man dann einfach, er nimmt R und er nimmt G und er nimmt B und er nimmt A. So, die vier Werte werden wir dann in die Color Mask reinsetzen. Auf die andere Weise könnte man sich vorstellen, als ob das hier wegfallen würde, und dann wäre Real Color einfach nur noch Real Color. Aber wenn wir eben da was wollen, dann könnten wir das hier vereinfachen. So, okay. Jetzt gucken wir mal eine Konfiguration an, die sehr, sehr häufig benutzt wird. Und zwar ist das das sogenannte Alpha Blending. Und das sieht so aus. Die neue Color, der RGB, soll die aktuelle, also das, was wir ausgerechnet haben, der Alpha Wert sein, mal dem RGB, was wir rausbekommen haben, plus 1 minus dem aktuellen Alpha Wert, mal dem, was bisher da drin war. Also, machen wir mal kurz ein kleines Rechenbeispiel. Wenn wir hätten, dass die Current Color 1 wäre, ja, also voll nicht transparent, voll opak, dann könnte man überhaupt nicht durchsehen. Zum Beispiel eine Steinwand hätte hier Current Color Punkt A gleich 1. Dann würde er hier das hier einfach nehmen, RGB, und hier würde 1 minus 1 stehen, was 0 ist, und dadurch würde dieser Term hier wegfliegen. machen wir mal ein Gegenbeispiel. Wenn die aktuelle Alpha 0 wäre, dann wäre er überhaupt nicht daran interessiert, und hier würde 1 stehen, und er würde einfach die bisherige Farbe nehmen. So, und wenn wir 0,5 hätten, dann würde er die Hälfte davon nehmen, und die Hälfte davon nehmen. Und da, das ist dann eben dieses Alpha Blending, und beim Alpha Blending ist es in der Regel eben so, dass die echte Farbe, die wir ausgeben, den Alpha Wert hat von dem, was wir gerade eben berechnet haben. So, gut. Dann gucken wir uns das mal an, wie das tatsächlich funktioniert. Wie können wir das hier einstellen? Gehen wir nochmal zurück. Da wollen wir rein, die ganzen Werte hier wollen wir. So, und hier sagen wir jeweils, das ist natürlich zu Color Blend Attachment Punkt, bla bla bla. Und zwar Blend Enable, ja, wir wollen Blending reinmachen, wir wollen also auch Glas zulassen, das ist dann VK True. Dann das nächste ist der Source Color Blend Faktor, den müssen wir stellen auf VK Blend Faktor SRC Alpha. Ja, wenn wir nochmal kurz zu dem Pseudocode zurückgehen, hier, wir wollen ja, dass das hier der aktuelle Alpha Wert ist von dem hier, und das wird beschrieben mit VK Blend Faktor Source Alpha. So, und Destination wollen wir, das ist hier hinten, das war ja 1 minus dem aktuellen, und auch dafür gibt es eine Einstellung, und zwar ist das VK Blend Faktor 1 minus SRC Alpha. So, dann die Color Blend Operation, die gucken wir uns mal kurz an, was ist denn die Color Blend Operation? naja, hier haben wir es, es wird einfach addiert, und dadurch ist das dann hier, ups, ist das hier dann VK Blend OP Add. So, dann kommen wir zu dem Alpha Wert, der Alpha Wert ist hier ja im Prinzip der, was gerade vorher drin war, also wir sagen einfach, bei dem Source ist es 1, das ist dann VK Blend Faktor 1, und das, was bisher drin war, das scheint uns hier überhaupt nicht zu interessieren, deswegen können wir das rauscanceln mit VK Blend Faktor 0. So, und bei der Alpha Blend Operation, da könnten wir jetzt verschiedene verwenden, da kämmen wir aufs gleiche raus, aber am einfachsten ist es, wenn wir auch hier einfach sagen, Blend OP Add, da wird dann einfach das bisherige noch addiert mit 0, und kann aber auch gut sein, dass Vulcan das erkennt hier, und entsprechend der Treiber dann einfach das Ganze direkt rauscancelt, bei der Erstellung der Pipeline, also da ist dann nicht irgendwie noch mehr Performance Kosten oder so, und das ist absolut problemlos. So, dann kommen wir zu der Color Bright Mask, wie gesagt, wir sind an allen Farbkanälen hier interessiert, deswegen ist das hier VK Color Component R, G, B und A, und das stelle ich dann mal ein, das ist dann gleich VK Color Component R, R-Bit oder VK Color Component R-G-Bit oder VK Color Component R-G-B oder VK Color Component R-Bit. So, und damit haben wir dann alle vier drin R, G, B und A. Wie gesagt, das hier ist natürlich hier ein bisschen wieder Bitmagic, deswegen hier die Oder-Verknüpfung bedeutet, dass wir hier an der Stelle von allen interessiert sind. Okay, und das wäre es dann soweit zu der VK Pipeline Color Blend Attachment State. Gut.